Das ist Twyla. Sie ist ein ganz normaler Teenager, hat keine Geschwister, aber sie hat einen riesengroßen Putzfimmel. Das ist er, mein ganzer Stolz. Mein Riesenbesen, Putzi Putzi 3000, mit dem kriege ich alles weg. Unordnung kann der Teenager gar nicht leihen. Wie das hier schon wieder aussieht. Glück habe ich ja meinen Putzi Putzi 3000. Kriege ich hier alles schön weg. So, jetzt räume ich das Ganze mal auf. So, das geht ganz fix. So, jetzt ist wieder alles blitzeblank. Zeit für Freunde oder andere Freizeitaktivitäten hat der Teenager nicht. Täglich verbringt sie ca. 4 Stunden mit Putzen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als Zwangsstörung bezeichnen, aber man kann doch sagen, dass es schon so ein bisschen so ist. Aber ich sage mir immer lieber sowas, als wenn ich unordentlich und ein Messie bin. Wir wünschen Twyla alles Gute für die Zukunft und wünschen ihr noch viel Spaß beim Putzen. Oh, da ist auch noch ein Fleck. Okay. Okay.